Werte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des eHealth Hotseats auf der Demia 2021. Nachdem wir im letzten Jahr den Geschäftsführer der Gematik, Dr. Laik Dieken, für unser Format gewinnen konnten und mit Ihren Fragen löchern konnten, haben wir dieses Jahr jemanden auf unserem heißen Stuhl, der mit Sicherheit ähnlich spannende Dinge zu berichten hat wie unser Gast aus dem letzten Jahr. Deswegen freue ich mich ganz persönlich dieses Jahr den Chairman des Health Innovation Hub, Prof. Jörg Debertin, in unseren Reihen begrüßen zu können. Ja, ganz herzlichen Dank. Große Freude und natürlich auch Ehre hier zu sein. Auf diesem Stuhl, auf dem Markus Laik Dieken schon gegrillt wurde, er ist immer noch warm aus dieser Zeit. Ich freue mich drauf und hoffe, dass Sie mit mir dann auch Genedig umgehen. Ja, wir geben uns größte Mühe, das nicht zu tun. Nein. Auch dieses Jahr haben uns wieder viele Fragen erreicht. Ich glaube, sehr spannende und auch sehr wichtige Fragen dabei. Deswegen gucken wir noch mal ganz kurz auf unser doch überschaubares Regelwerk. Im Prinzip gibt es nur zwei Regeln. Die Fragen, die Sie erreichen, haben maximal 30 Sekunden. Ihre Antworten dürfen maximal 60 Sekunden umfassen. Das versuche ich mal so zu beherzigen. Wenn nicht, wird der Stuhl sehr heiß und unangenehm. Genau, dann würde ich vorschlagen, starten wir direkt los und die erste Frage kommt von Mina Lüttgens von Patients for Digital. Wie kann der immense kulturelle Wandel vorangetrieben werden, der notwendig ist, damit Digitalisierung gelingt, am Ende aber auch zu mehr Patientenorientierung führt? Super Frage, Frau Lüttgens. Schön, dass das gerade die erste ist. Dieser Wandel, dieser Kulturwandel, den wir in der Medizin insgesamt brauchen, wird nur gelingen, wenn die Patienten mehr Stimme finden und sich mehr tatsächlich einbringen in das, was sie wollen. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in Sachen Digitalisierung im letzten Jahr ja auch erlebt haben durch Corona. Dass Patienten gesehen haben, welcher Nutzen mit digitalen Technologien einhergehen kann, dieses weiter einzufordern. Auch bezüglich der Nutzung von Daten, um Leben zu retten. Das ist das, was ich mir von Patienten eben mehr noch wünsche. Das ist ganz essentiell, damit eben dieser Kulturwandel der sonstigen, bei den sonstigen Akteuren tatsächlich auch gelingt. Denn wir alle sind uns klar, dass wir unsere Tätigkeit eben dafür da ist, um Patienten wieder gesund zu machen. Dass wir dafür, dass wir uns in den Dienst der Patienten stellen. Deshalb ganz wichtig, dass Patienten eben einfordern, was für sie wichtig ist. Und hier, glaube ich, haben wir einige Fortschritte erzielt im letzten Jahr. Hervorragend. Fast eine Punktlandung. Vielleicht da nochmal ganz kurz anhaken. Inwiefern ist das denn relevant oder wichtig, dass die Patienten auch in die Lage versetzt werden, da die entsprechenden Entscheidungen zu treffen? Da sind die Stichworte, glaube ich, digitale Kompetenzen und Digital Literacy, sowohl um die verbreitete Skepsis vielleicht so ein bisschen zu reduzieren, als auch um die Nutzung von Daten weiterhin zu ermöglichen. Also zunächst einmal leben wir in Deutschland in einer Gesellschaft, die gewisse Werte hat, die für uns auch irgendwo nicht verhandelbar sind. Zu Recht nicht verhandelbar sind. Dazu gehört die Datensouveränität. Wem gehören die Daten? Die gehören dem Patienten. Und sonst niemandem. Und der Patient entscheidet darüber. Damit der Patient darüber richtig entscheiden kann, brauchen wir natürlich Digital Literacy. Aber mir scheint, ehrlich gesagt, das in Deutschland gar nicht so schlecht ausgeprägt. Zumindest sehe ich, dass die Menschen in der Lage sind, ganz viele andere Digitalangebote außerhalb der Gesundheit durchaus so zu bedienen. Der zweite wichtige Wert ist, dass es immer freiwillig ist. Also ich muss nichts, sondern ich kann, ich darf, wenn ich daran einen Nutzen sehe. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir diesen Nutzen in den Vordergrund stellen. Und deshalb freue ich mich bei allem Leid, was Corona über uns gebracht hat. Aber diesbezüglich hat es uns wirklich gezeigt, dass digitale Technologien mit Nutzen einhergehen und nicht nur abstrakt die Gefahren im Vordergrund stehen, sondern jetzt mal ganz real der erlebte Nutzen mit einer Videosprechstunde. Der Arzt kommt zu mir nach Hause ins Wohnzimmer. Das hilft mir. So und auf dieser Basis möchte ich diese Diskussion gerne weiterführen. Stichwort realer Nutzen. Die EPA ist an aller Munde. Der Staat ist, man kann sagen, ein bisschen verschlafen worden. Ist das vielleicht der Punkt gewesen, wo wir sagen müssen, dass wir mehr Informationen auch an die Versicherten hätten geben müssen, um sie auch da in die Lage zu versetzen, dieses Angebot wahrzunehmen? Also ich will vielleicht der nächste Mal eine Lanze für die brechen, die mit der Implementierung und dem Ausrollen der EPA beschäftigt sind. Also ganz so trivial ist das nicht. Man kann natürlich kritisieren, dass wir uns 14 Jahre lang Zeit gelassen haben. Das ist aber jetzt ehrlich gesagt nicht von denen unbedingt zu verantworten, die jetzt die Verantwortung übernommen haben. Das heißt die Gematik. Das ist ein riesen, riesen Projekt, weil wir vernetzen unter Wahrung der uns wichtigen Aspekte unseres Gesundheitswesens. Und das heißt Freiwilligkeit und freie Auswahlmöglichkeiten. Der Deutsche hat die Wahl seines Krankenhauses, seines Arztes, seiner Apotheke, seiner Krankenkasse. Das wollten wir nicht opfern. Wenn wir diese Wahlmöglichkeiten erhalten wollen, dann wird es komplexer und dann dauert das so ein bisschen. Und ja, ich finde ehrlich gesagt gar nichts falsch daran zu sagen, ich mache eine stufenweise Einführung und habe erstmal einen großen Versuch, ein Feldversuch. Lerne daraus, bevor ich es dann scharf schalte. Aber jetzt muss es dann auch tatsächlich losgehen. Hervorragend. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zum nächsten Video. Diesmal von Hans-Peter Bosig vom ZVEI. Herr Debertin, DIGA, EPA und E-Rezept sind in aller Munde. Aber reicht das für die Digitalisierung der deutschen Gesundheitswirtschaft? Im Rückblick auf Ihre Erfahrungen in den letzten Jahren im HIH. Ist das deutsche Gesundheitssystem jetzt bereit für datenbasierte Gesundheitsversorgung und tiefgreifende Digitalisierung? Oder brauchen wir doch ein nationales E-Health-Zielbild als Orientierung? Ich bin kein großer Fan von großen Zielbildern oder der Formulierung von Zielbildern, weil im Zweifel, wenn man damit fertig ist, dann muss man sich schon wieder um das nächste Zielbild kümmern in einer Technologieumgebung, die nicht auf uns wartet. Wir dürfen nicht vergessen, die weltweite Rechenleistung verdoppelt sich alle 3,5 Monate. Das heißt, warten wir fünf Jahre, da ist es der Faktor 300.000 mehr. Und das führt zu ein bisschen eben alle Versuche, erstmal lange Ziele zu definieren, aus meiner Sicht ad absurdum. Deshalb bin ich ein Fan davon zu sagen, hier und heute überlegen wir uns, wie wir die digitalen Technologien so einsetzen, dass die Patienten Nutzen stiften. Und dann machen wir. Also meine Strategie ist dann wirklich tun und machen und schnell umsetzen. Ehrlich gesagt, so wie die Regierung das auch in den letzten zwei Jahren versucht hat. Aber dann auch mit dem Eingeständnis, dass nicht alles perfekt sein wird. Wir müssen uns angewöhnen, dass wir eben Lösungen ausprobieren und daraus dann lernen, um sie zu korrigieren. Also nichts in Stein meißeln, sondern aber mal vorangehen, machen, so wie wir das beispielsweise bei den Digas auch getan haben. Bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Ich hoffe, es ist ein bisschen warm geworden. So sollte es eigentlich sein. Auch wenn wir jetzt nicht mehr über ein Zielbild sprechen wollen, wenn wir da trotzdem eine strategische Komponente reinbringen wollen. Welche Kernpunkte müsste denn diese Strategie irgendwie umfassen, um die von Herrn Bosick angesprochene datenbasierte Gesundheitsversorgung zu etablieren? Also das Grundregel alles hat sich unterzuordnen dem Patienten wohl. Und daran müssen wir uns messen lassen. Das ist kein Selbstzweck. Es ist keine Veranstaltung, die das Hobby des HIHs ist. Sondern es geht darum, eben für den Patienten konkreten Nutzen damit mit diesen Lösungen zu verbinden. Das ist das eine. Und dann gibt es sicherlich weitere Aspekte, die uns als Land voranbringen. Und da denke ich insbesondere an die Innovationsfähigkeit unseres Landes. Und da brauchen wir Öffnungen, beispielsweise, was die Digas gezeigt haben, unseres gesetzlichen Versicherungsmarktes. Das ist 73 Millionen Versicherte. Da öffnen wir diesen Markt für innovative Hersteller von Gesundheitsanwendungen und sagen denen, also auch wenn der letzte Nutzen nicht in der letzten Iteration bewiesen ist, könnt ihr es trotzdem eben hier einsetzen, mit den Erfahrungen, aus den Erfahrungen lernen und diese Erfahrung auch nutzen, um hinterher eben diesen Beweis zu erbringen. Das halte ich für eine ausgesprochen sinnvolle Strategie. Und ich kann sagen, das hat uns in der Wahrnehmung der Welt da draußen außerhalb Deutschlands unglaublich geholfen, dass es den Standort Deutschland als innovationsfreundlich positioniert hat. Gut. Ist das trotz alledem, also jetzt schauen wir bei Strategie immer auf eine nationale Strategie, ist das überhaupt etwas, was wir national regeln können? Oder ist das vielleicht etwas, was wir viel eher auch übernational und auf einer europäischen Ebene regeln müssen? Also was wir übernational regeln müssen, sind die Standards und die Operabilitätskriterien, an denen wir uns orientieren. Und da muss man sagen, haben wir auch erhebliche Fortschritte gemacht. Also vor drei Jahren hätte ich nicht zu hoffen gewagt, dass wir uns auf FIRE, auf SNOMED CT und auf vieles andere verständigen. Das ist jetzt gesetzliche Grundlage. Und der Gesetzgeber war so schlau zu sagen, Krankenhaus-Zukunftsgesetz, klasse. Aber alle Eingaben, die hier ankommen haben, sich zu halten an gewisse Kriterien, ohne die wir nicht fördern. Das ist aus meiner Sicht eine richtige Vorgehensweise. Ansonsten ja, es gibt sicherlich Spezifika, die unser Gesundheitswesen abheben von anderen. Ich erwähnte vorhin beispielsweise die Freiheitsgrade und die Auswahlmöglichkeiten, die wir haben, die wollen wir nicht opfern auf dem Altar der Technologie. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, müssen wir feststellen, Medizin ist international. Also wenn ich einen Patienten behandle mit einem Hüftproblem, dann wird das in den USA ähnlich ausfallen wie in England und wie in Deutschland. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns an diesen internationalen Interoperabilitätskriterien, wenn es um die eigentliche Medizin geht, orientieren. Gut, hervorragend. Vielen Dank. Dann kommen wir zur nächsten Videofrage. Die ist diesmal vom Bundesverband Managed Care. Die Mitglieder vom Bundesverband für Managed Care interessiert die Antwort auf die Frage, für welche digitalen Anwendungen höherer Risikoklassen sollte der Zugang in die Versorgung erleichtert werden und wie könnte ein zügiges Verfahren aussehen? Spannende Frage und eine heiße Frage, weil so oder so setzt man sich irgendwie in die Nesseln. Also ich halte mal fest, wir haben angefangen mit den DIGAS bewusst den nicht so invasiven digitalen Gesundheitsanwendungen, also Risikoklasse 1, 2a. Ich wünschte mir eine Übertragung auch auf 2b, weil dann tatsächlich auch medizinische Inhalte noch mehr geprägt werden können. Wer soll es machen? BfArM oder eben die klassischen Gremien der Selbstverwaltung heißt also GBA. Ich wünschte mir, dass wir wieder zur Selbstverwaltung zurückkehren, setzt aber voraus, dass der GBA sich öffnet. Neuen Evidenz-Evaluierungsmethoden, Real World Evidence, ein Stichwort von sicherlich einigen. Hier das zwanghafte Festhalten an RCTs wird uns diesbezüglich nicht weiterbringen und wenn der GBA diesbezüglich sich nicht reformfähig zeigt, dann ehrlich gesagt wäre ich dafür, dass es dann beim BfArM bleibt. Welche einzelnen Anwendungen, ich glaube, das wird das den Rahmen hier sprengen, zumindest mal eine Minute. Was ja gerade schon passiert ist. Sie haben Real World Data und Real World Evidence angesprochen. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Schwenk jetzt auch in Richtung Datennutzung nochmal zu gehen. KI-Anwendungen haben ein riesen Potenzial, Mehrwerte für die Patientenversorgung zu leisten. Die brauchen aber, um effizient zu sein und sich weiter zu verbessern, auch größere, qualitativ hochwertigere und zugängliche Datensätze. Was können wir denn in den nächsten vier Jahren erwarten, wie sich die Daten Nutzungs- und Datenzugangsmöglichkeiten verbessern, eben für solche innovative Anwendungen? Na ja, ich hoffe, dass sie sich verbessern. Und damit sie sich verbessern, brauchen wir eine breitere gesellschaftliche Diskussion. Ich möchte einfach feststellen, ich glaube nicht, dass das Problem in Deutschland ist nicht der Datenschutz und auch nicht die DSGVO. Andere Länder kommen damit auch super klar. Unser Problem ist die Interpretation dessen durch den einen oder anderen Datenschutzbeauftragten. Und da müssen wir tatsächlich einhaken. Der Sachverständigenrat des BMG hat das aus meiner Sicht sehr, sehr klar geäußert. Bis hin zu der These, das Nicht-Vorhandensein von Daten, damit gefährden wir Leben. Damit konterkarieren wir das, was wir in der Medizin eigentlich machen wollen. Wir brauchen Daten, um Leben zu retten, um Leben zu schützen. Und deshalb brauchen wir da einen anderen Umgang. Mein Eindruck ist, dass es ein zunehmender, und deshalb war es mir am Anfang so wichtig, zu sagen, die Patienten müssen ja auch mitsprechen. Denn um die geht es am Ende des Tages. Und alle weiteren sollten sich dann sozusagen etwas zurücknehmen und sagen, wie kann ich die Grundlagen der DSGVO trotzdem umsetzen, die Wertebezogenheit, ohne dabei den Nutzen zu gefährden. Und ich glaube, da haben wir genügend Weg, den wir da begehen können. Absolut, absolut. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Videofrage von Jessica Birkmann und der Medatix. Lieber Herr Professor Debertin, in verschiedenen Meinungsbeiträgen haben Sie kürzlich kritisiert, dass die Softwarearchitektur einiger PVS modernisiert werden müsste. Gleichzeitig bescheinigen sich staatlichen Lösungen nicht die gewünschten Allheilsbringer zu sein. Wie kommen wir denn nun auf das erforderliche digitale Qualitätslevel? Brauchen wir ein ASZG, ein ambulanter Sektor-Zukunftsgesetz? Wir haben es etwas anders getauft, das Praxis-Zukunftsgesetz oder man könnte auch sagen ein Praxis-Informations-Zukunftsgesetz. Ich stelle einfach nur in der Analyse erstmal fest, dass die PVS-Systeme, die wir haben, gebaut wurden, um Abrechnungen zu machen und eine Binnenorganisation der Praxis zu gewährleisten. Und die meisten stammen eben nicht unbedingt aus diesem Jahrzehnt oder aus dem letzten Jahrzehnt, sondern aus der Zeit davor. Das hemmt uns jetzt, indem wir jetzt diese PVS-Systeme ein Stück weit weiterentwickeln wollen, um Medizin zu machen, um vernetzte Medizin zu machen. Dafür sind sie eigentlich gar nicht geeignet. Deshalb, glaube ich, braucht es hier eben einen Impuls. Und gleichzeitig muss man ja sagen, ist es für einen Arzt auch nicht einfach, sein PVS-System von einem Tag zum anderen zu verändern. Das sind große Umstellungskosten, die mit einhergehen. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie wir das inzentivieren können, sodass diese Umstellung, dieser Anschluss an die neue Zeit auch gelingen kann. Frau Birkmann hat es gerade schon angesprochen. Sie haben ja eine Abwrackprämie für PVS-Systeme gefordert. Wie würden Sie denn unterscheiden wollen, welche Systeme abwrackt werden können und welche weiter bestehen können? Also manchmal schwitzt man ja auch ganz gerne ein bisschen zu, um die Menschen zum Nachdenken zu bringen. Und die zahlreichen Reaktionen auf diese Meinungsäußerungen haben mich daran bestärkt, dass das vielleicht gar kein schlechter Weg war, um die Diskussion in Gang zu bringen. Vielleicht ist Abwrackprämie einfach der falsche Ausdruck. Worum es mir geht, ist, dass man diejenigen belohnt, die sich mit modernen Systemen heute auch bereits ausgerüstet haben oder in Zukunft dieses tun. Weil wir brauchen diese Modularität. Wir können einen Arzt nicht in Gefangenschaft nehmen dafür, dass er vor zehn Jahren einmal eine Kaufentscheidung getätigt hat und ihm deshalb sagen, das Scheduling-Modul und dies Modul und jenes Modul, das kannst du jetzt nicht von einem anderen Anbieter nehmen. Das heißt, wir brauchen offene Schnittstellen. Wir brauchen Interoperabilitätskriterien. Und diejenigen, die das bereits erfüllt haben, die sollte man belohnen. Und ob man jetzt den Weg geht zu sagen, man belohnt den einzelnen Arzt dafür, dass er Leistungen mit diesen Möglichkeiten erbringt. Oder ob man das schlichtweg einfach über einen Zertifizierungsmodus laufen lässt. Das kann ich so nicht sagen. Beides wäre eine Möglichkeit. Wir machen uns bestimmt in den nächsten Tagen und Wochen etwas intensiver Gedanken darüber, wie wir dieses Praxis-Informationssystems, sozusagen Unterstützungsgesetz, wie wir das auf den Weg bringen können. Nicht, um diese Legislatur noch umzusetzen. Ich glaube, das ist allen klar. Aber auch vielleicht, um den einen oder anderen Fingerzeig zu geben, wo es noch hapert und was wir noch tun müssen, um in der Zukunft besser digitale Medizin für Menschen machen zu können. Ich denke, da sind wir alle sehr gespannt drauf. Inklusive der PVS-Hersteller natürlich. Ja, was mich an die Adresse der PVS-Hersteller gerichtet vielleicht ein wenig verwundert hat, ist, dass es kann doch nicht die Position der Industrie in Deutschland sein, zu sagen, ihr macht zu schnell mit Digitalisierung. Also Kinder, wenn ich mir angucke, wo wir sind, dann muss doch genau der Reflex was anderes sein. Und deshalb wünsche ich mir da eben die Unterstützung aller der gesamten Industrie und zu sagen, ja, wir brauchen, wir sehen eine Veränderung in der Notwendigkeit, in den Bedürfnissen. Und dieser Veränderung, der tragen wir Rechnung, indem wir konstruktiv uns überlegen, was müssen wir tun, damit wir diese inhärente Gefangenschaft der Ärzte lösen können, den Ärzten für den Aufwand der Umstellung, die auch ein Stück weit kompensieren können und gleichzeitig an die Modernität Anschluss haben. Darum geht es uns und das ist nicht einfach, das ist mir auch klar, aber ich sehe das in Anbetracht der EPA-Diskussion jetzt als wirklich notwendig. Ja, interessanter Impuls. Tatsächlich viel Wahres wahrscheinlich dran. Ich hoffe, der Sitz ist trotzdem gerade sehr heiß geworden. Der nächste Impuls kommt von der Tonspur und zwar von Jan Helmig von der Obdata. Lieber Herr Debattin, wie sieht die Zukunft des HIH mit Ablauf der Legislaturperiode aus? Das ist einfach, kann ich in 15 Sekunden sagen, wir lösen uns auf am 31. Dezember. Das Ganze war auf Zeit angelegt. Es ist auch wichtig, das aus meiner Sicht und richtig, das so getan zu haben. Wir sind in einer sehr privilegierten Situation und persönlich gesprochen muss ich sagen, drei Jahre Staatslehe reicht dann irgendwie auch für die meisten normalen Menschen. Aber der Wert von uns bestand darin, dass wir von extern mit diesen Erfahrungen aus der realen Welt eben nah ans BMG herangerückt sind, ganz viele offene Türen dort gefunden haben und dort unser Wissen, unsere Erfahrung einbringen konnten, auch ein Stück weit disruptiv sein durften und auch mussten. Und diese Disruptivität, die nutzt sich in Zeiten auch nach ein paar Jahren auch ab. Deshalb, wenn man es weitermacht, was ich toll fände, dann gerne mit anderen Köpfen und vielleicht mit einem noch erweiterten Thema. Aber das insgesamt war das sicherlich ein erfolgreiches oder aus meiner Sicht ein sinnvolles Projekt. Aber jetzt ist es dann noch Zeit, dass man den Staffelstab übergibt. Ja, den Staffelstab nehme ich direkt auf und frage nochmal über die HGH-Grenzen hinaus. Die nächsten vier Jahre, politisch gesehen, wir sind im Wahljahr. Was können wir denn für die Zukunft des Gesundheitswesens erwarten in den nächsten vier Jahren? Wie sehen die nächsten vier Jahre gesundheitspolitisch aus und mit welchen Verbesserungen für die Patientenversorgung können wir rechnen? Also die Persönlichkeit von Jens Spahn, zum einen, gekoppelt mit der Corona-Pandemie, haben doch das Thema Gesundheit maximal in Scheinwerferlicht gerückt. Und das wird hoffentlich sich auch nicht ändern. Die Menschen wollen eine sinnvolle Gesundheitsversorgung. Da gibt es viele Themen. Ich beschränke mich mal auf die, wo es um digitale Inhalte geht. Primär sehe ich eben das Thema Datenschutz bzw. Umgang mit Daten, sinnvoller Umgang mit Daten, um eben wissenschaftlich und inhaltlich weiterzukommen. Das Zweite ist, wir müssen diese Großprojekte, die wir jetzt angestoßen haben, und EPA wird nicht am 31.12. vorbei sein. Das wird weitergehen. Wir brauchen hier eine Möglichkeit der kontinuierlichen technologischen Anpassung und möglicherweise auch der anderen Handhabung. Das Praxis-Informationssystem-Thema, was wir eben hatten, ist ein Teil davon. Und insofern glaube ich, ist genügend zu tun. Wir haben ganz viele grundlegende Weichenstellungen jetzt getätigt. Jetzt geht es darum, das umzusetzen. Und bei der Umsetzung wird man sicherlich das eine oder andere noch anpassen müssen, damit es praktikabel ist und in der Realität auch wirklich bei den Menschen ankommt. Hervorragend. Ich glaube, das waren hervorragende Schlusswörter. Ich habe keinen Rauch gesehen und ich habe nichts Verdächtiges gerochen. Deswegen denke ich mal, wir waren gnädig mit Ihnen. Vielen lieben Dank für die tollen Insights und die spannenden Antworten. Ich hoffe auch, alle Zuschauer sind bedient und befriedigt geworden. Und danke Ihnen für Ihre Teilnahme. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und auch ein Wort des Dankes an Sie als Demea und das ganze Team, was das macht, dass es zweimal hintereinander in einem solchen Format nicht einfach ist. Ist uns allen klar, dass Sie sich trotzdem einfach nicht wegducken und sagen, boah, machen wir dieses Jahr nicht, sondern wir machen was draus. Wir machen das Beste draus für die Community. Finde ich super, super klasse. Ganz herzlichen Dank dafür und ganz viele Zuschauer wünschen wir Ihnen, nicht nur für den Hotseat, sondern für alles drumherum. Und ich werde sicherlich auch dazu zählen. Ich sehe hier sehr viele grinsende Gesichter von der Demea. Deswegen vielen lieben Dank.